willkommen zu meinem heutigen video in diesem video möchte ich ein paar vereindrücke einer montery 218 lc 5,0 liter mit 240 ps vorstellen die sich nun mein bekannter und jetziger stegnachbar gekauft hat und wahrscheinlich sehr viel spaß und freude damit haben wird in diesem sinne ich wünsche euch auch viel spaß dabei und wenn es euch gefällt würde ich mich über einen daumen hoch sehr freuen in diesem sinne bleibt gesund ciao so Amen. 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 Amen.